Hallo, wir fahren jetzt in die Weinberge. Immer hoch, immer hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt hier 10% Steigung. Na jo, Schweinebacke. Wie hoch? 261 Höhemeter. Boah, mein Ernst. Jo. Boah. Ah, Josefs Kapelle. Und rechts. Ja. Ah, herrlich. Heute ist es dunstig. Heute ist es dunstig. Heute sieht man die VG so nicht. Ganz weit rechts von uns. 60 Kilometer. Sind die ungefähr weg von hier. Ah doch, da hinten sieht man sie. Ja. Was aber schon eher Pfälzerwald. Uhu. Jetzt geht's voran. Wir fahren. Alles im Eco. Na ja. 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 Musik 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 Wirts wie Daumdill Ist ein Daumdill Oh, halb tragisch Musik 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 E μου Musik Eiku 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 Da oben ist die E-Burg, da fahren wir heute nicht hin, da waren wir letztes Mal schon. Jetzt fahren wir andersrum, irgendwie drumherum und suchen halt irgendeinen Weg. Folgen wir der Beigschraube. Ein Neufeier auf der Hauptstraße. Die E-Burg, die sich darauf verabschiedet. Wir machen die E-Burg. Die E-Burg die E-Burg. Wir machen die E-Burg. Musik 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 So Ok Okay, das ist wichtig, wollte ja auch eine Weinberg-Tour machen. Oh, fahr halt, fahr nur, irgendwie geht es immer. So, dort geht es immer nach oben. Nach unten weniger, aber nach oben. Da haben wir da ein Stück. Oh, ho, 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 ho. So, ja jetzt mal. Toch mal hier, immer dabei sie dich bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 19% steil. Das ist ein kurzer Anstieg. Das waren jetzt knappe 100 Höhenmeter. Das ist ein kurzer Anstieg. Was ist das da hin? Nein, oben am Berg. Wann ist es Gründe? Steht da ein Windrad? Okay. Das ist das Schaf. Da brauchst du jetzt nicht in die Alpe fahren. Mischst du hier Serpentine? Wird man auch abwandern? Oh, ein Weinfass. Ist noch was drin? Nein. Alles leer. Genießen wir nochmal den Ausblick aufs Bühler-Tal-Untertal. Ein Weinrebe im Hintergrund. Herrlich. Ist das geil hier. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 steier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020